Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch. Guten Tag, hier spricht Matthias Fichtmüller vom Oberlinhaus. Und Thomas Neubauer, ebenfalls vom Oberlinhaus. Es ist kurz vor Heiligabend am 22. Dezember diesen Jahres. Wir sitzen hier im Studio und wollen heute über ein Thema nachdenken, das weit weg scheint, aber wenn man es genau nimmt, doch ganz nah auch an unserem Alltag dran ist. Ja, wir könnten zu Weihnachten über Liebe oder Einsamkeit sprechen, aber wir haben uns entschieden, über... Zwei große Begriffe nachzudenken, und zwar die Themen Macht und Ohnmacht. Ganz genau. Spannendes Thema. Hoffen wir. Hoffen wir jedenfalls. Und ganz zu Beginn, wie immer, so eine erste Frage, Herr Neubauer. Wann fühlen Sie sich ohnmächtig? Oha. Ich glaube, so ein richtiges Ohnmachtsgefühl hatte ich das letzte Mal, als es meiner Tochter ganz schlecht ging. Und wir erst mal gucken mussten, wie wir jetzt dem begegnen. Sie hatte sich, also Situationen, also auf die ich jetzt spontan, das ist das letzte Mal, weiß ich nicht, aber die mir so spontan einfällt, sie hat sich heißes Wasser über die Beine gekippt und schrie und war ganz panisch und natürlich voller Schmerzen. Und das war im ersten Moment ein echtes Gefühl von, oder im zweiten Moment ein Gefühl von Ohnmacht, wie man diesem jetzt begegnet. Also wenn man im wahrsten Sinne des Wortes nichts machen kann. Ja, man steht da und hat sie dann abgespült und sie bibbert vor Kälte und Schmerzen und hat Verbrennung und auf dem Weg ins Krankenhaus ist man dann wirklich ohnmächtig, weil man nichts machen kann. Genau, dieses Macht oder Ohnmacht und das Machen, das ist ja jemals im Deutschen, ist es ja nah verwandt, steckt sozusagen im gleichen Wortstamm mit drin. Und genau an Grenzsituationen des Lebens, ob es die eigenen sind oder im Umgang wie bei Ihnen mit der eigenen Tochter. Wenn Hilfe, wenn man selber nichts dazu beitragen kann, dass dem anderen geholfen wird, das sind totale Ohnmachtserfahrungen. Ja, insbesondere dann, wenn man eigentlich gewohnt ist, ja oft auch handeln zu können. Ja, also ich meine gerade in unserer Funktion, die wir haben, sind wir ja, ist ja eine unserer Aufgaben auch zu handeln und andere das Handeln zu ermöglichen. Also es ist ja Teil unseres Jobs auch, ja. Und wenn man dann in Situationen kommt, in denen man gar nichts machen kann, sich einfach auf andere vertrauen muss, die dann vielleicht auch noch gar nicht da sind. Und das war nämlich damals die Situation, dann ist man ohnmächtig. Sie haben das eben schön umschrieben. Sie haben nicht, wir haben unsere Tätigkeit als Vorstände im Oberlinhaus beschrieben und wir wollen ja dafür nicht das Wort Macht benutzen. Man hat so eine Scheu, eine Funktion in einer großen Organisation, die wir beide leiten dürfen, in dem beruflichen Kontext den Begriff Macht zu benutzen. Das macht man nicht. Wir befähigen eher, wir empowern im Englischen, also wir ermöglichen, wir entscheiden. Aber Macht würden wir nicht unbedingt sagen, dass wir die haben. Der Begriff ist, glaube ich, nicht so richtig positiv besetzt. Wenngleich, wenn man sich mit dem Thema, und das machen wir ja immer so ein bisschen für uns in Vorbereitung auf diese Aufnahmezeichnung, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist ja Macht etwas völlig Normales, was entsteht, wenn soziale Beziehungen da sind. Und wenn wir zwei hier so sitzen und uns unterhalten, dann geht es am Ende auch darum, wer führt das Gespräch oder wer lässt es führen. Ist es ausgewogen oder ist es dominiert von dem einen Gesprächspartner? Und so ist es, glaube ich, in jeder Beziehung, die es so gibt, dass es am Ende auch darum geht, wie das Aufeinanderwirken austariert ist. Oder welche Machtstruktur es in einer Beziehung gibt. Also wir leben ja in einer Zeit, in der die Welt auch von Kriegen erschüttert ist und wo wir eine große, auch politische oder Macht erleben von Entscheidern dieser Welt, die die Macht und die Stärke haben, ganze Armeen in einen Krieg zu schicken. Gleichzeitig ist Macht aber eben auch in ganz anderen, ganz subtilen, oftmals auch in versteckten Situationen erlebt und spürbar manchmal so geschickt versteckt, dass man das gar nicht bemerkt. Manchmal können scheinbar liebevoll gesagte Sätze Machtstrukturen aufzeigen. Absolut. Wir sind am Ende des Jahres, zwei Tage vor Heiligabend, auf dieses Thema gekommen, wollten kein klassisches Weihnachtsthema nehmen. Sie haben es ja eingangs gesagt, wie Liebe oder Frieden, sondern ganz bewusst diese beiden Begriffe, weil die auch etwas mit Weihnachten zu tun haben. Das ist für mich so eine ganz interessante Beobachtung, wenn wir am Heiligen Abend, egal ob jemand christlich geprägt ist oder nicht, aber die Geschichte der Geburt von Jesus im Stall von Bethlehem, das ist ja eines der deutlichsten Ohnmachtsszenarien, die es überhaupt gibt. Ja, dass Maria und Josef sich damals auch ausgesetzt sahen, suchend um eine Herberge mit der hochschwangeren Maria. Also es ist auch eine Situation, wenn man sich die vorstellt. Es war jetzt kurioserweise ja wahrscheinlich nicht bitterkalt, wo sie eine Herberge so nun mal suchen in Bethlehem. Dabei gab es ja kein Winter. Also jedenfalls gehen wir mal davon aus nicht so wie bei uns. Aber trotzdem suchend nach einer Unterkunft überall abgewiesen zu werden und die Niederkunft abwartend oder erwartend, das ist, glaube ich, würde man heute sagen, eine sehr stressige Situation. Getrieben von der Machtfülle eines römischen Kaisers, der wollte unbedingt wissen, wie viele Menschen leben eigentlich in diesem Landstrich in Israel-Palästina. Er hat also eine Volkszählung angeordnet und um das klarzumachen, musste jeder in seine Heimatstadt gehen, jeder männliche Bewohner in seine Heimatstadt, da wo man herstand, dass man auch wirklich zählen kann. Das heißt, zu dieser Zeit waren Tausende und Abertausende unterwegs. Und wie dann beschrieben wird, es gab keinen Platz in der Herberge. Also haben Maria, Josef und Josef den Stall mit dem Stall vorlieb nehmen müssen. Und dann, und das ist sozusagen dieses Gegenüber, einerseits der römische Kaiser, der alle Macht hat, ein ganzes Land in Bewegung zu schicken. Und auf der anderen Seite ein neugeborenes Kind, das in Windeln gewickelt wird, wird mehrmals beschrieben. Dieses in Windeln wickeln, also die absolute, auch in dem Moment Cover oder eingehüllt sein und gleichzeitig sich nicht selbst bewegen können. Und ja, also als Gegenstück, als ohnmächtiges Gegenstück. Und, und das ist ja das Beeindruckende in dieser Gesamtgeschichte, die Schergen des König Herodes aus Jerusalem waren bereits unterwegs. Der hatte den Tipp bekommen, dass da ein Kind geboren wird, dass das mal König von Israel wird. Und der aktuelle König hatte so eine Angst, dass er seine Soldaten losschickt und sagte, bringt mir mal alle männlichen Kinder von null bis, was ich drei oder sechs um, sicher ist sicher. Also der berühmte Kindermord des Herodes, an dem am 26. Dezember gedacht wird. Und dieses machtlose Kind ist vom ersten Moment an in seinem Leben bedroht gewesen. Und strahlt damit eine Machtbedrohung, und das ist ja auch etwas, was man diesem Kind dann zuschreibt, eine Machtfülle auch aus. Einfach nur, dass es geboren ist. Also zumindest fühlte sich Herodes so bedroht in seiner Machtstellung. Das ist schon wirklich diese Ambivalenz, dieses geborene Kind und das, was von ihm ausgeht, an Furcht für Herodes und seinen Scherben. Für die Mächtigen mit den Waffen und dem Geld und der ganzen Struktur, die Bedrohung durch ein neugeborenes, zunächst ja noch ungeborenes und das neugeborenes Kind, das stellt schon die klassischen Machtverhältnisse auf den Kopf. Wenn man sich nochmal so vor Augen hält, was ist das eigentlich, Macht? Ich habe mir irgendwo eine Definition gelesen, die hat das ganz schön beschrieben und die sagt in etwa, Macht ist, wenn ich die Möglichkeit habe, meinen Willen durchzusetzen, auch gegen den Willen von anderen. Ja, verstehe ich. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, ich habe die Definition gefunden, dass Macht im Prinzip die Beschreibung des Aufeinanderwirkens in einer Beziehung oder in Beziehungen ist. und das ist wie so ein Pendel, wenn die zu dem einen schlägt, dann kann er seinen Willen, seine Wünsche oder Erwartungen eben auch durchsetzen und der andere kann oder muss es vielleicht auch zulassen. Also es ist ja eigentlich alles Interagieren zwischen Menschen von Machtstrukturen gezeichnet. So ist es von Machtstrukturen gezeichnet, so ist die Definition, die ich gefunden habe. Ja, das ist sicherlich so. Also ein Spannungsfeld, also Macht im Sinne des, die Spannung miteinander zu haben. Also die Frage oder der Versuch, den es immer wieder auch in der Gesellschaft gab, Hierarchie und machtfreie Konstellation entstehen zu lassen, gruppendynamische Prozesse einzuleiten, in denen alle gleichberechtigt Positionen nach außen tragen können, das ist ja auch unbenommen. Aber die Frage, es gibt am Ende Punkte, in denen Interessenausgleiche stattfinden müssen und die Frage, wer steuert diese Interessenausgleiche? Also in der Definition nicht gefunden, aber war das eher eine ausgewogene Macht oder diese ausgewogene Kraft, die dann dazu führte, dass sozusagen die eine Seite die andere nicht dominiert. Aber damit ist trotzdem die Macht da oder die Kraft oder wie auch immer, das Aufeinanderwirken ist nicht weg. Im Englischen Power, ganz interessant, auch Kraft, kann man auch mit Kraft übersetzen, hat dann vielleicht nicht so eine Konnotation wie im deutschen Sprachgebrauch. Die hat dokumentiert auf jeden Fall etwas sehr Aktives. Ich bin aktiv, ich mache etwas, ich gehe nach vorn, ich handle. Im Idealfall im Einvernehmen mit den Menschen, die um mich herum sind oder im Interessenausgleich, wie wir es eben gesagt haben. Und da kommt natürlich dann unweigerlich die Frage, gibt es Positive und gibt es die dunkle Seite der Macht? In jedem Fall, wir haben ja schon angesprochen, Machthaber, die Kriege führen und Eltern mit ihrem Kind ist ja auch eine Beziehung, die klare Strukturen und Entscheidungshoheiten auch in bestimmten Situationen nach sich zieht. Das ist gar nichts Schlechtes, wir würden sagen Erziehung. Also ist das vielleicht auch eine Beschreibung von Macht. Aber nicht in diesem negativen Sinn, sondern eher im Sinn der Erziehung oder des Aufeinander-Positiv-Wirks. Ja, aber gerade in der Kind-Konstellation, es ist ja etwas, wo die Kinder möglicherweise, wenn sie dann selbst erwachsen geworden sind und die Eltern bis zu diesem Zeitpunkt das Gefühl hatten, wir haben mit einer großen Beteiligung unserer Kinder die Erziehung gemeinsam gestaltet, wir haben anti-autoritär erzogen, ich hoffe, das machen viele und dass trotzdem Autoritäten anerkannt werden. Manchmal sehen die Kinder das dann, wenn sie selbst erwachsen sind, anders. Oder in der Abnabelungsphase von den Eltern sehen die das möglicherweise ganz anders. Ja klar, also es kommt ja immer auf die Situation an. Aber ich glaube, wie gesagt, in jeder Beziehung und die Rahmenbedingungen dieser Beziehung bestimmen ja auch das Machtgefüge. Also das Machtgefüge in einer Polizeikontrolle ist eindeutig. Ja, das macht Gefüge in einer Familie wahrscheinlich nicht und es verschiebt sich. Umso erwachsener die Kinder werden, empowert werden, würde man das in der Management-Sprache sagen, umso mehr verschiebt sich auch die Frage von, wer entscheidet hier eigentlich was? Oder wer wird befähigt, eigene Entscheidungen zu treffen? Das ist ja dann das Empowerment. Im Idealfall kann man das sogenannte Kompetenzmodell umschreiben, wer die meiste Kompetenz hat. Natürlich Eltern, sie haben nicht nur Kompetenz und Lebenserfahrung, sondern sie haben auch Verantwortung für ihre unmündigen Kinder. Da legt der Gesetzgeber eine Grenze fest und sagt, Streitfall sind 18 Jahre. Früher waren es mal 21, aber jetzt ist das Alter der Mündigkeit auf 18 Jahre festgelegt. Bis dahin dürfen Eltern entscheiden für ihre Kinder, weil man Eltern einerseits die Verantwortung aus der Elternschaft zuspricht und andererseits eben ein größeres Abwägen in komplexen Situationen zutraut, wie es Kinder und Jugendliche in dem Alter möglicherweise noch nicht haben. Ich glaube, man könnte sagen, wenn Macht geregelt wird, nennen wir das Gesetze, Regeln, Normen, Werte, Erziehung. Das ist ja das Verabreden von Regeln im Umgang mit Macht. Kann man so sagen, oder? Genau, und der Staat hat das Gewaltmonopol, das ist ja dann noch eine besondere Form der Machtfülle, das Gewaltmonopol hat der Staat, nur der Staat darf Gewalt gegenüber seinen Bürgern ausüben, nicht die Bürger untereinander, das wird dann sanktioniert und bestraft. Und gleichzeitig hat er zu Recht in einem Gemeinwesen die Machtfülle in hoffentlich demokratischen Prozessen, Entscheidungen, Regeln und Gesetze zu verabschieden. Ja, das ist das Empowerment des Volkes, die dann in der Demokratie auch abstimmen. Gleichzeitig gibt es ja die Macht in Strukturen, von denen wir gerade gesprochen haben. Es gibt Macht, und da kommen wir dann auch, blicken wir mal jetzt in das Metier, aus dem wir kommen, in die gesamte soziale Branche. Es gibt Macht in Abhängigkeitsstrukturen, die gewachsen sind, die immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Ich glaube, in diesem Umgang mit Bewohnerinnen und Bewohnern oder Schülerinnen und Schülern geht es viel um das eigene Selbstverständnis, um die Haltung, um den Wertekanon, den man sich verschreibt, wie wir mit bestimmten Abhängigkeitsverhältnissen noch umgehen. Und wie wir auch damit umgehen, wenn dieser missbräuchlich, wenn damit Missbrauch passiert. Das mündet dann in einem Gewaltschutzkonzept beispielsweise, weil missbrauchte Macht mündet ja oft in Gewalt, ob nun körperlich oder psychischer Art. Man muss gar nicht in das Extrem schauen, dass Gewaltübergriffe oder Grenzsetzungen oder Regelverstöße stattfinden, sondern einfach eine Veränderung im gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein, das dann auch in den sozialen Bereich reingewandert ist. Ich will es mal ein Beispiel machen. In den 50er, 60er Jahren, übrigens in der DDR und in der Bundesrepublik gleichermaßen, gab es Gemeinschaftsmodelle, in denen Menschen mit schwersten Behinderungen in familienähnlichen Verbünden lebten, in den Häusern, früher sagte man dazu Heime, in den Häusern gab es einen Hausvater, eine Hausmutter, in der Regel waren das Ehepaare, die so ein Haus geleitet haben und für die Klienten, damals hieß das Zöglinge oder Schützlinge, Verantwortung übernommen haben in der Rolle eines Familienvaters, einer Familienmutter. Und mit all dem, was dazu gehört, grenzen setzend, auch über das 18. Lebensjahr hinaus. Weil dahinter ein Ideal stand, wir wissen doch, was für euch gut ist. Und das hat sich dramatisch geändert, Gott sei Dank. Ja, es geht heute um das Verstehen, also auch da ist ja Empowerment, eine Selbstbestimmtheit zu ermöglichen und zu verstehen, was will der Bewohner, der Klient, der Patient und das Bewusstsein oder die Haltung zu haben, dass es einen eigenen Willen gibt und nicht ich weiß, was am besten für die Person ist, sondern die Person es im ersten Moment erstmal selber bestimmen können soll. Und also, das ist ja immer so eine Frage von Grundhaltung. Und ich glaube, die Herausforderung ist zu verstehen, was der Bewohner oder der Klient am Ende möchte und exakt auch zuzuhören. Ja, verstehen und auch akzeptieren, dass es Entscheidungen sind. Also einerseits verstehen in der Kommunikation und akzeptieren. Auch kann man ein Beispiel sagen, wenn ein 17-Jähriger bei seinen Eltern lebt und jeden Tag Döner essen möchte, 365 Tage im Jahr mittags Döner essen möchte, würden wahrscheinlich die Eltern sagen, das finden wir nicht gesund und nicht gut. Wenn er oder sie das als Volljähriger macht oder in einer Einrichtung lebt, die dem Menschen Wohnraum gibt, in einer begleiteten Einrichtung, dann kann ich mir gut vorstellen, dass viele Therapeuten, Heilerziehungspflegerinnen und Pfleger das Gefühl haben, das ist falsch. Aber es ist der Wille des Betroffenen, der dieses so artikuliert. Und diesem Willen ist dann auch Folge zu leisten. Auch wenn wir der Meinung sind, es ist eine falsche Entscheidung. Ja, solange das eine Entscheidung ist, die nur ihn etwas angeht und die anderen nicht in ihrer Freiheit einschränkt. Und da, glaube ich, kann man dann nur mit Überzeugen oder Wissen oder Bildung, das ist ja das starke Gegengewicht, dann versuchen aufzuklären, warum jeden Tag diese Ernährung nicht optimal ist. Und entweder es greift oder es greift nicht. Genau, und solange es keine gesetzliche Betreuung gibt, solange nicht auch richterlich bestimmte Dinge angeordnet sind, steht es niemandem zu, in die individuellen Rechte auch eines Menschen mit schwersten Behinderungen einzugreifen. Und das ist ein beständiger Prozess, auch Kolleginnen und Kollegen in dieser Branche immer wieder darauf hinzuweisen und sagen, die Autonomie des Betroffenen ist oberste Maxime und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Solange es nicht Rechte anderer, wie Sie eben sagten, beeinträchtigt. Und das gibt es ja in unseren Kontexten auch, dass die Klienten vielleicht nicht auch herausfordernde Verhaltensweisen haben, auch übergriffige Verhaltensweisen haben. Wie gehen wir denn mit solchen Fragestellungen um? Einerseits im Kontext mit anderen Klientinnen und Klienten, aber auch im Kontext des Verhältnisses Erhaltungspfleger und Klienten. Auch dort gibt es ja auch Spannungen miteinander auszuhalten oder auszuloten. Und ich glaube, wie man diese Spannungen miteinander auslotet und sich verhält, bestimmt am Ende auch die Beziehung, also die Beurteilung dieser Beziehung oder im Wohnbereich die Lebensqualität in diesem Umfeld. Sie haben ja vorhin von Gewaltschutzkonzepten gesprochen, die es im Oberlin-Haus in verschiedenen Bereichen gibt, auch differenziert zwischen Gewaltschutzkonzept für Kinder und Jugendliche, Gewaltschutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt, Gewaltschutzkonzept im Umgang mit erwachsenen Menschen, mit unterschiedlichen, manchmal auch komplexen Behinderungen. Und tatsächlich ist es einerseits dafür da, die Klienten vor Fremdgewalt zu schützen, sei es durch andere Klienten oder durch Pflegerinnen und Pfleger, durch Personal, aber eben auch, und das ist Verantwortung des Arbeitgebers, die Mitarbeitenden vor Gewalt zu schützen vor Klienten. Auch das kommt vor. Wir haben eine Statistik, die ist nun schon ein paar Jahre alt. Da waren es acht Fälle im Oberlin-Haus im Jahr, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gewalt erlebt haben. Wir müssen lernen, was führt dazu, dass Menschen fremd- oder autoaggressives Verhalten an den Tag legen. Was ist Ihre Botschaft, wenn Sie sich nicht artikulieren können und diesen Weg der Kommunikation, der sehr schmerzhaft für alle ist, diesen Weg wählen? Naja, und das kann man sich ja auch vorstellen, wenn es solche Verhaltensweisen gibt, man wird gebissen oder fest angefasst, und da entstehen ja vielleicht auch Kräfte, dann erzeugt es ja Stress. Und Stress hat zumindest das Risiko, dass man unangemessen heftig auf diesen Stress reagiert. Also ich sage mal, man schubst diejenigen weg oder so. Und da gibt es ja ausgefeilte Schulungs- und Präventionsprogramme, die wir ja regelmäßig machen. ProDema ist es, glaube ich, wo wir dieses Deeskalationsmanagement auch schulen und Mitarbeitenden bewusst machen, wie in solchen Situationen, was da so wirkt, auch auf einen selber einwirkt. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Basis, um so auch arbeiten zu können. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die in der Materie nicht so tief drinstecken, ProDema, Sie haben es eben gesagt, professionelles Deeskalationsmanagement. Das ist entwickelt worden. Im Oberlin-Haus haben wir inzwischen eigene Ausbilder, die in verschiedenen Bereichen immer wieder so eine Deeskalation auffrischen und neue Mitarbeitende schulen. Wie geht man um, wenn Deeskalationen sich anbahnen? Wie schafft man es vorher, Grenzen zu ziehen, dass so etwas nicht passiert? Ja, und da sind wir wieder bei der Fragestellung Macht, dieses, also Umgang in diesen Extremsituationen, in Eskalationssituationen, wie deeskaliert man dort professionell? Das ist ja die Übersetzung. Wie ist es unser Verhaltenskodex? Wie ist unser Gewaltschutzkonzept? Wie ist unser Werte- und Führungskodex? Das ist ja ein Gerüst an Beschreibungen, wie Macht in Regeln und Verhaltensweisen, Werten beschrieben wird. Also sie wird erstmal genau, sie wird erstmal analysiert und definiert und beschrieben und es werden Grenzen erkannt und es wird eine Verabredung über Grenzen hergestellt. Dafür sind die internen Regeln da. Und der nächste Schritt ist dann, dass man diese Macht, die strukturell da ist, dass man die abgibt. Also das ist eigentlich eine der größten Machtleistungen, wenn man Macht freiwillig abgibt. Und weil Kompetenz abzugeben ist. Also Macht hat ja auch was mit Entscheidungsmöglichkeit zu tun und in der Struktur so eines Oberlin-Hauses sind die Vorstände in der Leitung in einer besonderen Verantwortung. Und wenn wir als Vorstände sagen, das wissen wir zwar, dass wir theoretisch fast alles entscheiden könnten, aber wir machen es nicht, weil das Kompetenzmodell höher steht als ein strukturelles Machtmodell. Ja, und auch da entwickeln sich ja auch Organisationen, hierarchische Strukturen verändern sich mit dem Empowerment von Mitarbeitenden. Das ist ja über die Jahrzehnte hat sich ja auch Umgang miteinander ganz erheblich verändert. Hier, hierarchische Strukturen greifen ja in manchen Fällen schon. Also wie gesagt, bei der Polizeikontrolle ist das irgendwie eindeutig, aber in einem Miteinanderarbeiten, wenn das jeden Tag wirkt, dann hat die Organisation in der Regel auch ein Problem. Das berührt ja ganz nah das Thema Macht, aber eben auch Ohnmacht. Wir haben ja beide Themen ganz bewusst zusammengenommen, naheinander gestellt. Und es gibt immer wieder die Situation, dass Leute dann sagen, ach, was soll ich schon machen? Ich habe doch gar keine. Ich bin doch ein ganz kleines Licht, ich habe doch überhaupt gar keine Macht. Ich kann doch im großen Rat der Geschichte überhaupt nichts bewegen. Das empfinden einige Leute so. Andererseits ist die Geschichte voll, dass es durchaus auch andere Entwicklungen von Machtverschiebungen gibt, die auf ganz kleinteilige Weise entstanden sind. Also ich will mal ganz konkrete Beispiele sagen. Wenn die Gewerkschaft der Lokführer streikt, dann liegt ein ganzes Land im Verkehr lahm. Es gibt eine kleine Gruppe von Lokführern, hat die Möglichkeit, durch Streiks in bestimmten Situationen sehr, sehr viel der Infrastruktur des Verkehrs lahmzulegen. Wenn Bauern vor dem Reichstag in Berlin demonstrieren gegen die Streichung der Dieselsubventionen und das Ganze zum Ausdruck bringen, indem Auf- und Abfahrten von Autobahnen mit Traktoren sich in die Auf- und Abfahrt stellen, ist das ein sehr deutliches Zeichen von individueller Machtfülle eines Einzelnen. Inwieweit das rechtliche Konsequenzen hat, sei mal dahingestellt. Wenn hatten wir in unserem Podcast auch schon mal junge Menschen sich auf die Straße kleben, um auf die Klimagefahren aufmerksam zu machen, hat das Auswirkungen für ganz viele Menschen. Aber ich bin in der DDR aufgewachsen und ich habe erlebt, dass in einem Land, in dem sehr, sehr vieles gesellschaftlich wirklich erstarrt war, Menschen, eine ganz kleine Gruppe zunächst, und dann wurden es immer mehr Menschen gesagt haben, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Sie haben sich gegenseitig Mut zugesprochen und sind dann im Oktober 89, dann auch im November, aber im Oktober war ja so der hohe, der große Monat, sind auf die Straße gegangen, in Leipzig, in Berlin und an vielen Orten der damaligen DDR und haben als scheinbar Machtlose einen ganzen Staat zu Fall gebracht. Und ein Jahr später ist dieses Land in ein anderes Land aufgegangen. Also zu glauben, dass auch das als einzelne Person wenig zu bewirken ist, das kann ein Irrtum sein. Gibt es ja immer wieder auch Beispiele, wo das genau passiert, wo die Machthaber Macht ausüben, ohne die Verabredung, die Gesellschaft ja eben auch haben muss, dieses zu akzeptieren. zwar eine gewisse Zeit mit den Institutionen und den durchsetzenden staatlichen Organisationen dann aufrechterhält, aber irgendwann kippt das wahrscheinlich. Und wobei, wenn man nach China guckt, kann man sich wundern, wie fest dieses Regime dann auch ist. Ja, das geht bei einigen Herrschaftsformen in dieser Welt, wo man sich, wenn man in einer stabilen Demokratie lebt, sehr wundert, dass bestimmte Herrschaftsformen sich so lange halten. Am Ende ist jedes System, das Unrecht in sich trägt, nicht auf Dauer haltbar. Es kann allerdings sehr lange dauern, das glaube ich auch. Das hat man beim Römischen Reich gemerkt, da sind wir wieder bei Weihnachten, der Geburt von Jesus, dem Kaiser Augustus und König Herodes in Jerusalem. Dort brach nach einigen Jahrhunderten dann alles in sich zusammen. Es implodierte, ein für ewig angelegtes Weltreich zerbrach. Im Jahre ab 300 noch was fing das dann an in sich zu kippen. Das auf tausend Jahre angelegte Reich der Nationalsozialisten hat zwölf Jahre Schreckensherrschaft verbreitet, implodierte dann und wurde durch diesen furchtbaren Krieg und durch die Alliierten dann letztlich zerschlagen. Also weltliche Macht ist begrenzt, handelt sich, Macht ist immer nur geliehen, auch unsere Macht ist geliehen. Strukturelle Macht ist ja in der Regel immer geliehen. In der Demokratie wird abgestimmt, bei Vorständen werden Verträge... In die Verträge irgendwann oder man geht in den Ruhestand. Bestenfalls, ja. Das ist ja dann auch unser Ziel irgendwann. Bis dahin ist es noch ein bisschen... Bis dahin wollen wir noch ein paar Podcasts machen. Ja, nächstes Jahr dann wieder. Aber, und das ist das Besondere, wir können schon mal ein bisschen, nicht spoilern, aber ein bisschen den Blick in das nächste Jahr werfen, dieser Podcast wird fortgeführt. Aber wir wollen nach zwölf Folgen ein Relaunch machen oder innehalten. Wie wollen wir es nennen, Herr Neubauer? Staffel zwei würde ich sagen. Ja. So ganz ohne den großen Bruch, aber eine Weiterentwicklung. Ich hatte ja schon ein paar Mal hier gesagt, ich favorisiere Entwicklung. Also der Begriff auch Entwicklung. Und wir wollen einzelne Kolleginnen und Kollegen einladen, an diesem Podcast teilzunehmen. Das ist sozusagen der Cliffhanger? Ja, das ist der Cliffhanger. Und welche Person es beim nächsten Mal sein wird, verraten wir noch nicht. Nein, das verraten wir nicht, genau zur Staffel zwei. Aber tatsächlich tut es uns gut, wenn wir uns von Kompetenz aus dem Oberlin-Haus in diesem Talk ja auch Wissen heranholen und das mit Ihnen, den Zuhörern und Zuhörern teilen. Das ist unser Anspruch für das Jahr 2024. Ganz genau. Wir geben die Macht des Wortes, teilen wir und geben Sie dann auch einer weiteren Version mit ab. Weil andere Menschen über Detailthemen viel besser berichten können, als wir. Da bin ich ganz gespannt drauf. Schön. Bis dahin haben wir noch ein paar Tage Zeit zwischen dem nächsten Podcast und dem, der heutigen Aufnahme, nicht der Sendung, aber der heutigen Aufnahme liegt das Weihnachtsfest, liegt der Jahreswechsel. Wir wünschen Ihnen allen, die Sie diesen Podcast gehört haben, die uns ein Jahr lang begleitet haben, frohe gesegnete Weihnachtszeit. Die geht übrigens bis zum 2. Februar. Ah ja, sehr gut. Ja, einen guten Start ins Jahr 2024. Hat mir viel Spaß gemacht. Und freuen uns auf ein Wiederhören. Dankeschön. Auf Wiedersehen, sagen Matthias Fichtmüller und Thomas Neubauer vom Oberlinhaus. Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.